Lieber, lieber Weihnachtsmann, ich wünsche mir dieses Jahr zu Weihnachten, dass alle Menschen auf der Welt viel Spaß haben und fröhlich miteinander feiern. Das werde ich zu verhindern wissen. In zwei Tagen beginnt schon die Vorweihnachtszeit. Ich muss mich beeilen. Wenn ich das noch verhindern will, warte nur, Herr Santos. Dir werde ich einen gehörigen Strich durch die Weihnachtsrechnung machen. Ich will, dass Weihnachten dieses Jahr für alle Menschen ausfällt. Keine Geschenke, keine Harmonie. Ich hab keinen Bock mehr darauf. Soll doch der Osterhase wieder jetzt heißes machen. Ich mache jetzt, was mir gefällt. Camilla, wenn der Weihnachtsmann nicht bald aufsteht, dann bleibt uns keine andere Wahl. Dann musst du die Geschenke an die Kinder ausliefern. Ich? Ja, du. Aber, aber, aber ich hab das noch nie gemacht. Dann gibt es eben keine weiße Weihnacht dieses Jahr. Wenn ich erst das Schrumpfpulver erspielt habe, den Weihnachtsmann unendlich klein geschrumpft habe. Wer soll mir dann auch das Wasser reichen können? Dann bin ich der Boss im Weihnachtswunderland. Und alles kann's nach meiner Pfeife. Was? Oje, Mini. Na, so ein Schlingel. Dachte ich mir doch, dass irgendetwas nicht stimmt. Es muss doch eine Möglichkeit geben, ihn aufzuhalten. Warum nur kann Randimplibim Weihnachten nicht leiden? Ich bin ein Schlingel.